Hallo und Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von TOTI und heute sind wir im Mai Ja, es geht hier um den geheimen Ort. Wir nehmen mal die Handelsanfrage an Wir werden mal mein bestes Pad reintun Oh, der hat einen Titan Wir geben den und den als Titan dafür Was soll ich akzeptieren? Ich werde noch den Titan zu Wollte ich immer noch machen Wie viel, warte mal Uh, das ist eben Scharatzmache irgendwie Also die Gänne Das ist der wegen den Scharatz Oder Leute? Ich frage ich mal in den Kommentaren, ob der Crates hier arbeiten Der edit Der wird Der ist nicht so Eigentlich würde ich ja gerne noch einen anderen ausnehmen Aber Was würde ich machen? Das ist ungefähr gleich Okay, abgelehnt Okay Leute Eigentlich wollte ich ja was anderes machen Wir werden jetzt nur Trades gut ausstellen Und ja, ich bin auf der letzten Insel Ich habe noch nicht gedacht Ich hätte es machen können Aber wir haben ja noch eine kleine Frage Eine kleine Quest Und ja, wo ist das? Wir müssen auf jeden Fall die letzte Ender der Stadt haben Und ich wundern, warum das ein bisschen bei mir gerade nicht so flüssig läuft Ich habe auch ein bisschen vegan Probleme Und jetzt muss ich erst mal gucken Was war hier hinter Hinter dem Job Wenn da eben keiner ist Oder ich nerven will Dann habe ich den Job gezogen Und so sagte ich Ja, das ist die Beine, oder? Ich bin dumm Wie ist das? Also man kann es auch mit Acht Double Jumps Schaffen Dahin zu kommen Aber man muss auf der Insel sein Das liegt nicht gerade richtig Das liegt eben nicht bei mir So Ah, jetzt Und hier Müsste eben Tag sein So, ich fall runter noch im Lust Lust, wir müssen erstmal wieder hoch Ach, da ist es Ah, Leute Ich bin ein bisschen verpeilt Per Pile Weil ich war eigentlich selber da noch nicht So richtig Ich war mal kurz da Aber ich habe mir nichts gekauft Weil ich gedacht habe, ich mache das zu mir Das Video Und ich weiß Es gibt schon überall auf YouTube Also die Insel zu sehen Habe ich mir gedacht Ich mache es auch mal Um euch das einfach zu zeigen Und ich habe schon ein paar Revers Und Multiplier Und Multiplier Freund Multiplier Ja, mach was das macht Okay, der ist online Dann geht ihr hier durch diese Ringe Wenn man durchkommt Dann kann man auch drüber kriegen Die Gäme eben bewusst Und da ist ein gezielte Hölf Und den solltet ihr euch nicht treffen lassen Ja, und ich wundern, wenn ich hier öffnen zu so ein Also sowas ähnliches höre Das ist ein Getränk von mir Also, um ehrlich zu sein Es ist ein Durstlöcher Äh Und ich trinke ihn grad Mal lang Ich wollte ihn nur für ihn ein bisschen trinken Äh Also wir sind hier Dann hat man hier das Und dann könnt ihr hier einfach rausfahren Lauf gerade aus dem Eiser Und lasst euch Lass, wie ihr euch seht Ich bin jetzt noch nicht Ja, ich habe sie vorhin lassen Jetzt Dann macht ihr Ein Double-Shotten Bevor ihr aufs Türknallt Oder irgendwo anders dahin Also außer hier mit blauer Ich glaube, da fällt man da durch Und da vorne sehen wir ja diese kleine Insel Und da drauf gehen wir jetzt auch Und ja, Leute Es war ja mal wieder eine Woche Pause Weil ich eigentlich keine Lust hatte Und vielleicht kommt bald ein Etwas besseres Projekt Was auch viel Spaß macht Also ich werde dann nicht Also wenn ich auch Also privat spielen Dann werde ich das nicht weitermachen Guck, hier ist das Hier ist der Crystal Wo ihr die Fettstärmerung Könnt Okay Dann öffnen wir erstmal eins Weil dann haben wir die Quest Geschafft Mistig Das war klar Aber ich könnte ja auch so lange ziehen Bis ich zum Beispiel Den Rick oder Also den einprozentigen Was ja unwahrscheinlich ist Aber wir können ja mal kurz unter die Fragen Und uns sammeln Und da kommen wir schon vier Und wir öffnen uns noch drei So muss schon wieder Wir öffnen jetzt einfach ein paar Also ich habe voll Bock eingefächt zu öffnen Ich mache immer mehr Questen Dass ich mehr von denen komme Und dann gehe hier auf dem Ziel einfach Und dann kann ich jetzt schon wieder eins zu Titan machen Dann braucht ja Ich werde ja auch immer eins mehr Zum Beispiel von den Chaos Dingern braucht ihr dann Ich glaube 15 Warte wir kommen Ich habe ja hier Titan Dafür brauchen wir das für den Chaos 10 Dann denke ich hier 15 Ja richtig Automatisch öffnen Automatisch öffnen Automatisch öffnen Automatisch öffnen Wir lassen uns das öffnen Natürlich automatisch öffnen Wir können ja drei hintereinander öffnen Und das glaube ich ein bisschen besser Ja Und Leute Ihr könnt es schon in den Kommentaren erraten Was vielleicht so als Projekt Da ist so kleines Mini-Projekt Kommen wird Ich habe mir so gedacht Ich will das auch mal machen Ich hab grad ein bisschen Ich hab grad ein bisschen Ich hab grad ein schluck Das muss ich immer so Okay Leute Und ihr könnt ja nur klaren Was ich schon gesagt habe In den Kommentaren Könnt ihr raten Was es sein wird Ich mach mal dazu Mit zwei weiteren So haben wir drei Und wir öffnen erstmal noch mal Und wir öffnen erstmal noch und Mal Autopenden Und ich verklicke mich die ganze Zeit Jetzt sind immer den gleichen ich möchte gern auch ein von den haben aus kaufsatz habe ich ja schon ein ich musste eben auch auf diesen komischen sturm ich kann das irgendwie aussprechen jeden Fall ist das sehr teuer die hier zu bekommen also ich glaube man braucht unsere 300 Millionen Scherben und dann bekommt man glaube ich einen den man alle aufs Kicken geben hat ja wir haben jetzt noch die gezogen was hier nicht blöd ist ja da kochen sie viele genau hätten wir voll viele machen können da hätten wir mega viele machen können wie viel haben wir denn jetzt davon 5 und 6 machen können und ich sage mir jetzt noch ein paar Scharfs und dann sehen wir uns gleich wieder bis dann warte ich muss das kurz herausfinden wie das geht äh ich wusste das war wie das geht ich habe es nicht geschafft das zu ergattern mein King of the Heroes ist die ganze Zeit besetzt ich habe jetzt ein paar Minuten gewartet äh es ist wohl nix wir können ja mal gucken ob wir dann tragen wir da irgendwas finden muss äh mehr Geld oder aber wir können ja mal ein bisschen wollen wir den Rebirth machen leute ok leute äh ja wollen wir das machen frage ich mich gerade oder soll ich noch ein bisschen warten dann gucken wir uns mal die Pakete an die Pakete ja ein Freund von mir hat sich das hier mit dem göttlich Mega Legendary mit Eingriff lieber oder so ich kann das nicht aussprechen also das hier für 1600 Euro also ich hab mir das nicht einfach also es ist eben das beste Petterlust wird sich schon holen wir können ja mal ein paar Leute am Tränen dann gucken wir uns was sie geben so wie das nicht weg war ich habe kurz was ich hab kurz was nicht ich hab mir viel ich hab mir viel ich hab mir was ich hab mir viel ich hab mir viel ich hab mir viel und das akzeptiert der krank leute er hätte ja so krank bei dem will ich belohnenlos werden und das ist trotzdem unfair hä guck mal auf die stats du kleiner aber kommst du doch auf die stats der pets und 3 chatburger kopf kopf Er schreibt, er gibt all meinen Fett Scam-Mod. Okay, Leute, es ist ein Scam. Warte mal. Schreppel. Flürst, fielst, okay. Nee, flürst, wim, nie. Okay, flürst. Wenn er schreibt, okay. Ich zippe. Er ist ein Sektor. Amen. Hello. Chiest. Chiest. Great. You're first to win. Nee, egal. Okay. Okay. Er schreibt es okay, aber er soll was Bisseres adden. Titan brauche ich selber nicht. No... Ex... Neu... Woll ich extrem schreiben? Dream. No extreme. Was? Great. Nächste wirst du sehen? Mega. Fett. Enasoma, dann akzeptiere ich. Weil ich jetzt so krank bin. No... Sorry. No... Scan... No... Yes... Oh... Er spritt... No... No... Oh... Ich schreibe ihm jetzt. Guck mal was er schreibt. Ich... Genau... ... ... ... ... Ich nehme YouTube auf, deswegen wäre es nett, wenn du und, oh nein, die, an, um, okay Leute, ich habe mir das geschrieben, dass er anfangen soll. Oder. Nee. Okay. Nee. 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 Komm, komm, vielleicht wieder, muss, auf, knühen. Komm, komm, vielleicht, muss, knühen. Komm, vielleicht, muss, knühen. Ich, 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 muss, knühen. Oder auch noch rum. Wenn er... Na ja, so korrekt kann er ja akzeptieren. Mache... nicht... Gib... Wie darfst... Dein... Petz... Immer noch... Sehr... Trauen... Trauen... Dir... Nicht... Ah, warte... Mach... doch... Bitte... Okay... Also... Können... Wir... nicht... Tau... Schimpf... Okay... Leute... Es wird wahrscheinlich ein sehr langes... Video... Ich schreibe auf den Wartershop... Öffentlich... Wenn er... Rezeptiert... Dann schon... Geht... Okay... Manchmal... Also... Du... Scam... Scam... Ich... will... Ich... Leute, mein Plan ist, dass er seine guten reinmacht. Und dass er die guten reinmacht und dass er dann was bereit kriegt und dann immer was hingeht. Ich krieg genau den dann, wenn man bereit macht. Ja, aber traut mir die Pets an, weil es sind ja nur Pets. Das gibt mir eben die guten, das weiß ich wahrscheinlich. Aber die Pets finden ja auch nicht so gut. Wohl, ein bisschen. Wohl, das schon. Oh, der tut sich so. Der tut sich rein. Der tut sich rein. Der tut sich so rein. Leute. Und dann... Was wäre schon? Ich weiß, wenn man so überlegt. Da kriegen irgendwo auf andere Stufen alles. Finde ich. So tief. Ja, ich komm nicht. Das ist für mich in die Leben. ok schloss alles und 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 okay und 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 Das war ein bisschen blöd, ich kenne es nicht. Ich hab geschrieben. Soll ich irgendwo ein bisschen noch irgendwie anders sein? Okay, dann bei... ...mess noch was. Okay, dann bei... Okay, Leute, ich werd hier direkt angetradelt. Wir machen was an. So. 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 YouTube-Kanal-Frage-Zeichen. Ich will nicht mehr wissen, ob man einen YouTube-Kanal hat. Dann kann ich so sagen, ich verlinke ihn. Wenn... Wenn er... Wenn er drauf trifft. Wenn... Wenn... ... 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 es wird schon wieder so ein langes Video nur weil ich traden will oh wie es wird wieder so ein Video Leute auch Leute warum nehme ich das immer so lang auf und da kommt die das neue Chatten und da kommt die das neue Chatten Fuh. Fent. Fent. Mami. Met. Mami. Mami. Fand. Dann bekommst du es. Dann mach das. 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 Leute, Menschen. Menschen, einfach Leute. Leute, da muss ich ein bisschen gehoben. Dann der Land hat den Insel kommt. Dann kommt es mit dem Hand und werfen. Ot wenn man überING, wird es bei dem Hand gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.